Herzlich Willkommen Jeff, dass du bei uns bist mit deinem Vortrag auf dem 32. Chaos Communication Congress. Vielen Dank. Meine Präsentation ist über Profiling Injustice. Zu meinem Hintergrund ganz kurz. Ich bin ein Forscher. Ich bin in New York beim Zentrum für... In der letzten Zeit, in den letzten ungefähr 18 Monaten, habe ich als Research Consultant gearbeitet und mich mit Datenschutz und Privatsphärenproblemen befasst. Und mein Vortrag wird sich mit dem Querschnitt dieser Arbeit auseinandersetzen. Ich werde euch drei Takeaways mitgeben. Erstens, wir sprechen hier über Privatsphäre und auch Diskriminierung. Beides sind Menschenrechte und es gibt Differenzen zwischen den beiden. Also werden wir eine Entscheidung fällen müssen, welches davon Präzidenz nehmen soll, welches Vorrang hat. Zweitens, Daten sind politisch. Sowohl in ihrer Sammlung als auch in der Zusammenfassung davon, als auch darin, wie sie erstellt werden. Und Punkt drei wird es sein, dass Datenethik ein komplexes Thema ist. Der erste Begriff ist Racial Profiling, also Profilierung nach ethnischer Profilierung. Der Effekt ist, dass Personen unterschiedlich behandelt werden aufgrund ihrer Herkunft. Klaffendes Beispiel beispielsweise, die Personen mit Herkunft aus dem Nahen Osten werden anders behandelt. Sichtbar war das auch in Hearings im Parlament in den USA und in weiteren Fällen. In Deutschland gibt es zu wenig Daten, um zu verfolgen, ob tatsächlich eine Diskriminierung vorliegt. Es ist, was es erschwert nachzuvollziehen, ob einzelne Personen benachteiligt werden oder nicht. Die einzige Möglichkeit für eine einzelne Person, um überhaupt eine Beschwerde zu deponieren, ist, indem sie sich an die Polizei wendet. Und dort besteht automatisch ein Machtgefälle zwischen dem annehmenden Polizisten und der Person, die die Anzeige erstattet. Was wir brauchen oder was Personen fordern, ist eine Statistik auf der nationalen Ebene, die gesammelt wird. Eine wichtige Zahl ist hier, die Rate, in der Personen angehalten für Stop and Searches werden. Relevant ist die Zahl, wie viele Personen angehalten werden, verglichen oder geteilt durch den Anteil dieser Personengruppe an der Bevölkerung. Diese beiden Zahlen müssen erhoben werden, was in Deutschland noch fehlt. Sowohl die Europäische Kommission als auch die Intentionale Arbeitsorganisation bitten schon seit Jahren um standardisierte Datensets, was diese Sachen angeht. Und ich werde da jetzt nicht ins Detail gehen, aber ich kann da später zurückgehen. Was ich jetzt machen möchte, ist ein Vergleich von Großbritannien und Deutschland. In Deutschland gab es 1993 einen Zensus, wo man einen Versuch gemacht hat, diese Daten zu erheben. Aber wegen großer Ablehnung und auch Angst vor Überwachung und einem Mangel an Vertrauen in das Staatssystem gab es einen riesigen Boykott von diesem Zensus, wo Leute absichtlich falsche Informationen angegeben haben, wo Leute zum Beispiel Kaffee über ihre Formulare verschüttet haben, wo sie sie dann nicht ausfüllen konnten. So, wie andere Präsentationen bei der Konferenz heute auch schon gesagt haben, dieser Zensus wurde für verfassungswidrig erklärt und auch wegen der Art, wie die Fragen gestellt wurden. Und wenn man diesen Zensus vergleicht mit anderen Registrierungen, die verfassungsrechtlich sind. Deswegen wurde der Zensus verspätet durchgeführt in 1997 und das war der letzte Zensus bis zu dem europäischen 2011. Und diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes war sehr wichtig, denn es hat das Recht auf internationale Selbstbestimmung in Deutschland hervorgebracht. Und das ist sehr wichtig für die Privatsphäre in Deutschland und für die Rechtsgebung in der Privatsphäre bis heute. Welche Art von Informationen wird gesammelt? In Deutschland ist das sehr Standard, da werden die typischen demografischen Dinge wie Alter, Geschlecht abgefragt. Eine Sache, über die ich gerne reden würde, ist das Herkunftsland und das Land der Staatsbürgerschaft. Denn das ist etwas, wo entschieden wird, ob man Migrationshintergrund hat. Und in Deutschland ist es so, dass jemand, der in der zweiten oder dritten Generation, das kann in der zweiten oder dritten Generation sein, dass man einen Migrationshintergrund hat. Und das ist oft ein Begriff, der benutzt wird, um über Diversität zu reden. Und das ist problematisch, weil man Staatsbürgerschaft als einen Proxy benutzt, um über Diversität zu reden. Und das blendet auch die Erfahrungen aus und die Selbstidentifizierung von Leuten, die nicht in diese zweite oder dritte Generation fallen, die zum Beispiel als Black German identifizieren, aber fünfte oder sechste Generation sind. Die werden einfach komplett ignoriert und werden nicht aufgenommen. Es ist auch besonders schwierig, weil es schwierig ist, diese Dinge auf einem landesweiten Niveau zu messen. Also wir haben das nicht wirklich auf dem nationalen Level, aber wir haben es auch nicht wirklich in den Bundesländern. Also auch diese Daten nicht zu haben, bedeutet nicht, dass es keinen Rassismus gibt. Also 2005 gab es zum Beispiel einen 25-Prozent-Anstieg von Neonazi-Angriffen. Da gibt es noch keine Urteile, also auch die Weise, auf die diese Dinge untersucht wurden von der Polizei. Und so wie es bewertet wurde, zeigt nicht nur Rassismus und zeigt nicht nur, dass es Rassismus auf einem sehr hohen Niveau zeigt gerade, sondern es zeigt auch, das kann man auch sehen in den Attacken auf Flüchtlingsheimen. Also nur, dass wir diese Daten nicht haben, bedeutet nicht, dass wir kein Problem haben. Verglichen damit haben wir jetzt Großbritannien. 1991 gab es die Brixton-Riots, die Brixton-Proteste in einem Stadtteil von London. Und diese gab es vor allem wegen Ablehnung gegen die Art, wie die Polizei funktioniert hat. Und wie sie operierten unter den sogenannten Sass-Laws, wo sie Leute gestoppt haben und überprüft haben, ob sie Waffen hatten oder ob sie Drogen hatten. Und so nach diesen Protesten gab es einen Bericht, diesen Skarman-Bericht. Und der hat festgestellt, dass es sehr unverhältnismäßige Prozeduren gab in der Polizei. Zum ersten Mal gab es eine Reform, die nötig wurde und die britische Polizei musste Daten sammeln zu diesen Themen. Und wenn sie jemanden angehalten haben, mussten sie diese Daten sammeln, diese Informationen sammeln. Und dann hatte man auf einmal eine Baseline-Information, mit der man arbeiten konnte. Etwa zur gleichen Zeit in Großbritannien gab es den Zensus 1991. Und in der Gesellschaft gab es viele Debatten und Diskussionen zu dem Thema, ob man diese Informationen für das gesamte Land sammeln wollte. Denn man braucht diese beiden Dinge, um dieses Verhältnis herauszufinden. Aber es gab sehr viel Widerstand und viele haben es für moralisch und politisch problematisch gehalten, aber nicht aus den Gründen, an die man denken würde. Also sie haben sich nicht dagegen gewehrt, weil diese Fragen gestellt wurden, sondern wegen der Art, wie die Fragen gestellt wurden und wegen der Kategorien, die genutzt wurden. Und zwischen 1975 und 1975 gab es Umfragen, besonders in Gruppen, die ethnische Minderheiten repräsentierten. Da gab es sehr große Unterstützung für diese Umfragen. Sie wollten nur, dass es anders formuliert wurde. Also in 1991 haben sie angefangen, diese Daten zu sammeln und sie haben diese Frage nach der Race da drin. Und ich habe hier Screenshots von dem Zensus 2011, also dem letzten. Und es gab einige Kategorien, die sie auch mit reinnehmen wollten. Und diese Kategorien ändern sich mit der Zeit. Zum Beispiel, weil sie ihren hatten das Gefühl, dass sie auch diskriminiert wurden. Und dass sie Dinge anders erfahren als vor Examen und erleben als weiße Briten. Also diese Sachen noch weiter zu unterteilen, wäre für sie hilfreich gewesen, um ihre Erfahrungen auch in diesen Fragebögen zu vermitteln. Und ungefähr in dieser Zeit, so 1991, 1993, da gab es den Mord von Stephen Lawrence. Es gab eine unprovozierte rassistische Attacke, wo niemand jemals verurteilt wurde. Und was wichtig war, ist eben dieser Bericht, der damals herauskam. Und der hat einige Empfehlungen herausgegeben. 70. Die meisten davon wurden tatsächlich übernommen. Auch auf dem Landesniveau. Und 2011 haben sie aufgehört, diese Datensammlung verpflichtend zu machen. Also den Daten danach können wir nicht mehr wirklich trauen. Also manche Teile der Polizei sammeln diese Daten weiter, aber andere machen es nicht wirklich. Und im gleichen Jahr hatten wir auch die London Riots. Der Guardian und die LSI haben einen Bericht dazu veröffentlicht, wo sie viele Interviews mit Leuten haben, die bei diesen teilgenommen haben. Und sie haben herausgefunden, dass viele der Leute, die teilgenommen haben, Gefühle hatten, sie hatten das Gefühl, dass sie von der Polizei nicht fair behandelt wurden. Oder dass es rassistische Diskriminierung gab. Und dass sie nicht wirklich mit Respekt behandelt wurden. Also um da jetzt ein paar Daten dazu zu tun, ein paar Zahlen, bevor diese Zahlen verschwanden. Also es gab zwei verschiedene Arten davon, Leute anzuhalten. Es gibt Paystop, wo man an einem gewissen Verdacht angehalten wird. Zum Beispiel, da werden Schwarze 17 mal so oft angehalten wie Weiße. Oder Asiaten, asiatisch aussehen, aber die werden zweimal so oft angehalten. Und es gibt eine andere Art von Stops, wo man nicht einmal irgendwie einen Grund für Verdacht braucht. Und da hat man 6,6 mal so viele POCs, die angehalten werden wie Weiße. Und dann sagen sie, naja, es gibt keine Verbindung zwischen Kriminalität und Ethnie. Also wenn Leute angehalten werden bei diesen Dingern, dann läuft es in die falsche Richtung. Also es gibt besonders weiße Männer, die Drogen besonders oft benutzen. Also das ist nicht proportional, das hat nichts miteinander zu tun. Also es gibt eine Verbindung zwischen, und das ist dies zwischen Ethnie und Armut. Man sieht hier zum Beispiel Black Asians und Black English. Und das durchschnittliche Einkommen ist deutlich niedriger für diese Haushalte. Also ich mag Karten. Ich finde sie sind sehr cool, wenn man Geschichten erzählen kann, wenn man bestimmte Daten dort hier reinnimmt. Und hier habe ich zum Beispiel die verschiedenen Stadtteile von London drin und stelle hier da, welche Leute gestoppt wurden 2012. Und dann habe ich auch reingetan in diese Karte, wo es wirklich kriminelle Aktivitäten gibt. Und dort, wo die Leute angehalten werden, das sind nicht wirklich die Orte, wo die Leute auch angehalten werden. Also wenn man diese Taktik wirklich als etwas sieht, das eigentlich Verbrechen verhindern soll, kriminelle Aktivität verhindern soll, dann passiert das nicht in der richtigen Stelle. Und wenn man wieder zurückgeht zu diesem Verhältnis. Ich habe darüber geredet, die Rate, wie eine Gruppe angehalten wird, verglichen mit der Rate, wie sie in der gesamten Bevölkerung repräsentiert sind. Das kann man aber auch, man kann verschiedene Gruppen, demografische Gruppen vergleichen. Und wenn man dann die Zensuszahlen mit den Zahlen der Polizei vergleicht, also hier sieht man links und rechts, man sieht, wie disproportional POCs angehalten werden, People of Color. Man kann in den dunkleren Gegenden sehen, da werden Leute, die als schwarz wahrgenommen werden, viel öfter angehalten. Das ist so 10 bis 20 Mal wahrscheinlicher, dass sie angehalten werden als jemand, der weiß ist. Also in den dunklen Gegenden, da kann man sehen, wenn man sie vergleicht mit der Armutsrate, dann sieht man, es gibt eine größere Unverhältnismäßigkeit in den reicheren Gegenden als in den ärmeren Gegenden. Und das ist eine Art, auf die man sagen kann, das ist eine Art, das wahrzunehmen. Das heißt, dort werden People of Color anders wahrgenommen als Leute, die dort eben nicht hingehören. Man kann es auch mit anderen Daten vergleichen vom Zensus, wo man sieht, dass es mehr Diskriminierung und mehr Unterschiede gibt, eine größere Kluft zwischen den Gruppen in Gegenden, die sehr weiß und sehr reich sind. Aber solange es funktioniert, also nein, es funktioniert nicht. Die britische Polizei sagt, sie haben maximal 6% von Leuten, die sie anhalten. Und wenn man nach Waffen schaut, dann gibt es weniger als 1% von erfolgreichen Durchsuchungen. Und die Europäische Menschenrechtskommission hat schon eine Reform gefordert. Die Vereinten Nationen haben eine Reform gefordert. Und sie haben eine Art Reform gehabt, wo sie sagen, sie wollten eine Quote von 20% festnahmen von diesen Stops. Eine höhere Quote zu haben, kann einfach bedeuten, dass man mehr Leute festnimmt. Aber es ist wahrscheinlich oder hoffentlich bedeutet es einfach nur, dass man bessere Gründe hat, Leute anzuhalten. Also das sind die Dinge, die man in Großbritannien machen kann mit diesen ganzen Daten. In Deutschland kann man das nicht machen. Aber ich möchte gerne über einen Fall in Koblenz reden, in 2010. Es gab einen, da war ein Studenten, ein schwarzer Student, der in einem Zug reiste und er sollte seinen Ausweis zeigen und er hat gesagt, nein, ich werde meinen Ausweis nicht zeigen. Also er sagte, es erinnert ihn an die Nazi-Zeit und die Art, wie Leute während der Nazi-Zeit behandelt wurden. Und er wurde angeklagt wegen Beleidigung. Und im Gericht hat der Polizeimann gesagt, ich frage nach Ausweisen von Leuten, die aussehen wie Ausländer und da gehe ich nach der Hautfarbe. Und da hat die Polizei zum ersten Mal zugegeben, dass diese Stops und diese Kontrollen eben darauf basieren, was sie wahrnehmen und dass es eben auf der Hautfarbe basiert. Sie haben gesagt, dass es ein guter Grund ist. Und die höhere Instanz hat dann entschieden, nein, das ist eigentlich ein schlechter Grund, um Leute zu kontrollieren und dass es tatsächlich verwassungswidrig ist. Nein, eigentlich kannst du das nicht tun. Das verletztes Grundrecht. Also niemand sollte wegen seines Geschlechts, seiner Muttersprache oder seiner Hautfarbe diskriminiert werden. Also nur so als Seitennotis. Es gab große Bewegungen, die wollen, dass der Begriff Rasse von diesem Teil des Grundrechts rausgenommen wird. Und es gibt auch viele Leute, die sagen, es ist sehr wichtig, dass der Student die Polizei auf diese Art und Weise kritisieren kann. Und danach hat man die Antwort von der Polizeigewerkschaft, die dann sagt, das Gericht geht mit dem Gesetz auf eine schöne Art um. Aber es geht den Richtern nicht darum, dass es auch praktisch anwendbar ist. Also die Polizeigewerkschaft sagt, das ist keine offizielle Antwort von der Polizei, aber von der Polizeigewerkschaft. Die sagen, wir müssen diese Rasterfahndung quasi machen, wir müssen diese Dinge machen, weil sonst können wir die Leute, die zum Beispiel illegal emigrieren, nicht finden. Das ist verrückt, oder? Gleichzeitig, als es auch parlamentarische Untersuchungsausschüsse gab, haben sie auch angefangen, interkulturelle Trainings für Polizisten einzuführen. Wo es gab so ein Tag Training, wo du irgendwie herausfindest, wie du mit Leuten aus verschiedenen Kulturen umgehst. Aber in vielen von den Interviews, die ich gemacht habe, sagen sie, naja, das ist ein interkulturelles, also es ist kein interkulturelles Problem, es ist ein rassistisches Problem. Die Leute kommen ja nicht nur von anderen Orten, die Leute sind Deutsche, sie sind hier aufgewachsen, sie sprechen die Sprache, sie leben hier, sind hier aufgewachsen. Und wir müssen damit anders umgehen. Aber genau in dieser Zeit haben wir auch gesehen, dass dieses Racial Profiling ist Teil der nationalen Debatte. Und das hier ist ein Sticker, den jemand aufgeklebt hat in Berlin, in der U-Bahn. Und die sagt, attention, we practice Racial Profiling. Also auf dem Sticker steht, Achtung, wir führen Racial Profiling durch, wir kontrollieren ihre Ausweisdokumente. Also wenn man sich anschaut, was passiert ist in diesen Bundestaguntersuchungsausschüssen und sie haben zum ersten Mal Daten herausgegeben, was die Polizei Stopps angeht in 2013. Vorher wurden niemals irgendwelche Daten herausgegeben, was die Bundespolizei angeht. Vorher haben sie immer gesagt, es gibt keine Informationen, also können sie auch nichts zeigen. Also die Zahlen, die auch von der Bundespolizei herausgegeben sind, sind nicht nach Ethnie sortiert. Also was zeigt uns das? Die meisten Leute, die angehalten wurden, mehr als 85 Prozent sind an der Grenze. Also an der Grenze, also innerhalb von 30 Kilometern der deutschen Grenze. Also da fällt auch ein Großteil der deutschen Bevölkerung unter. Wenn man sich anschaut, wessen die Leute verdächtigt werden, dann sieht man hier die Verbrechen. Und dann sind da maximal ein Prozent der Leute, wo man wirklich sieht, dass sie ein Gesetz verletzt haben. Also wieder ist es keine Urteilsrate, also die Leute sind auch nicht verurteilt. Die Leute können das immer noch anklagen und können zum Beispiel sagen, wenn du zum Beispiel deinen Ausweis gerade nicht dabei hast, dann kannst du immer noch danach sagen, oh ich habe jetzt doch meinen Ausweis und kannst beweisen, dass du dieses Gesetz nicht gebrochen hast. Aber wenn es so eine niedrige Rate von wirklich positiven Ergebnissen gibt, also wenn nur so ein Prozent von diesen Leuten, die angehalten werden, wirklich irgendwelche Gesetze gebrochen haben. Aber wie können wir als Forscher mit diesen Daten, warum machen wir das eigentlich noch? Warum gibt es diese Praktik noch? Und in einigen von diesen Interviews, die ich gemacht habe, haben sie gesagt, naja, wir wissen, dass das ineffizient ist. Aber es hat einen Effekt der Kriminalisierung. Es kriminalisiert gewisse Gruppen. Und ob das wahr ist, naja, wenn das wirklich wahr ist, dann ist das vielleicht ein Grund dafür, sich diese Daten einmal anzuschauen, diese Zahlen. Und natürlich die Europäische Kommission, die EU-Kommission gegen Rassismus und Intoleranz hat schon gesagt, selbst wenn man diese ein Prozent hat, dann ist das nicht wirklich gleich verteilt und besonders Leute mit dunkler Haut und anderen Minderheitengruppen werden besonders oft angehalten. Eigentlich eine Frage am Anfang, was die Menschenrechte angeht. Wie sollen wir damit umgehen, mit diesem Ungleichgewicht? Ich habe mir überlegt, dass es drei Gründe gibt, warum das überhaupt alles passiert. Um es auf einen gesetzlichen Grund zu setzen, wenn diese EU-Direktive durchgesetzt wird und der Inhalt der Daten untersucht wird. Wenn du von Polizeibeamten angehalten wirst, dann ist das ein übliches Mittel, das benutzt wird. Man könnte also argumentieren, dass wir diese Daten sammeln müssen, um zu evaluieren, ob eine Diskriminierung stattfindet und ob es ein Problem ist, das wir lösen müssen als Gesellschaft. Zweitens, es gibt ein großes öffentliches Misstrauen gegenüber der staatlichen Datensammlung. Viele von uns, die im Kongress wissen das und wir wissen, dass diese Daten gesammelt werden. Stellt sich natürlich die Frage, lohnt es sich, mehr Daten zu sammeln, einfach damit diese Daten gesammelt sind? Soll der Staat noch mehr sammeln und überwachen? Wir können das vergleichen mit medizinischen Daten, die gesammelt werden. Indem wir medizinische Daten erheben, können wir nachvollziehen, wo sich Krankheiten verbreiten und wie sich diese Daten verbreiten. Und wenn wir diese Daten erheben, um zu sehen, wie sich Racial Profiling verbreitet, können wir wahrscheinlich einen positiven Effekt erzielen. Drittens, wir haben eine Herausforderung, der wir begegnen müssen, um festzustellen, wie diese ethnischen Kategorien definiert sein müssen. Das ist ungefähr, womit ich mich befasse. Es gibt keine einfachen Antworten auf diese Fragen, aber im Allermindesten müssen wir diese Diskussion führen, diese Konversation haben und uns Gedanken machen, was wir sammeln können, um Menschengruppen, die das Gefühl haben, dass sie überwacht werden, auch eine Bestätigung geben zu können, ob das denn so ist. Vielen Dank. Mich würde interessieren, wie du diese überproportional abgebildeten Menschengruppen abbildest, ob dort ausschließlich die Eten hier drin sind oder auch andere Kriterien, wie zum Beispiel das Geschlecht, das Alter, die Tageszeit, ob auch solche Daten erfasst werden sollen. Anstellungsstatus. Ist es möglich, so etwas zu erfassen und würde es Sinn machen? Also du fragst, ob ich nicht auch andere Informationen, demografische Informationen mit reinnehmen sollte. Also ja, ich denke schon, aber ich glaube auch nicht, dass ich derjenige sein sollte, der entscheidet, wie diese Probleme gelöst werden und welche Informationen wir nutzen. Also wir sollten mit den Menschen in diesen Communities wirklich selber reden. Und wenn sie sagen, dass es etwas ist, weswegen sie das Gefühl haben, dass sie deswegen diskriminiert werden und von dem sie wollen, dass es mit reingenommen wird, dann denke ich, sollten diese Sachen auch mit reingenommen werden. Aber ich glaube nicht, dass ich die Person sein sollte, die sie entscheidet. Diese Rate, die du erwähnt hast, du vergleichst Zensusdaten, wie du gesagt hast, in der Definition der wahrgenommenen Ethnie oder Rasse. Ist das die Aussage der Personen selber oder der Anteil der Personen in dieser Bevölkerungsgruppe mit dem Anteil, die angehalten werden? Meine Frage bezieht sich auf die zweite Frage, aber es ist schwierig, diese Daten zu erheben. Wäre es allenfalls möglich, diese Daten von Personen zu erheben, die unter dieser Diskrimination leiden? Beispielsweise in Ägypten gibt es ein Projekt namens Hasmap, Arasmap, auf der gemeldet wird, wenn Leute belästigt werden. Die Personen melden diese Vorfälle selber. Es könnte beispielsweise eine andere Quelle sein, die man für solche Arbeiten nutzen könnte. Also in der ersten Frage ging es darum, ob wir nicht auch benutzen sollten, was, wenn ich lieber Selbstidentifikation statt wahrgenommener Ethnie benutzen sollte. Ja, das mag nicht das Gleiche sein. Also Leute werden vielleicht auf eine andere Weise wahrgenommen, die anders ist, als die, wie sie wirklich identifizieren. Und es gibt verschiedene Gruppen in Deutschland, die beides fordern tatsächlich. Die sagen, dass es quasi zwei Tickets geben soll, also zwei verschiedene Mechanismen, dass man quasi Leute hat, die auch niederschreiben, wie sie selbst identifizieren und wie die Polizei sie wahrnimmt. Und wenn wir uns wirklich diese Muster von Diskriminierung anschauen wollen, dann wäre es tatsächlich interessanter, sich anzuschauen, wie die Leute wahrgenommen werden. Und gar nicht so sehr, wie sie sich selbst identifizieren. Aber ich denke, es ist sehr wichtig, beide zu bedenken. Und für die zweite Frage, ich habe ein bisschen vergessen, was es war. Also die Frage war, man soll die Leute selber nach Daten fragen. Daten ist von Leuten, die selber... Also ich glaube, das ist eine super Idee. Und ich glaube, es gab gerade erst eine Umfrage, die genau das getan hat. Und die Ergebnisse wurden noch nicht herausgegeben. Und die ist gerade erst zu Ende gegangen und hat sich auch mit verschiedenen Erfahrungen von Diskriminierung beschäftigt. Und es gibt auch verschiedene Organisationen, wie zum Beispiel von Sozialarbeitern, die diese Daten schon seit langer Zeit sammeln. Weil sie eben ganz, ganz viele, hunderte von Fällen haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.